news ich habe 41 karten für 20 euro einkaufen bekommt einfach ehrenmann der verkäufer und ich habe mir das dritte doppelte heft also für meine doppelten gold wir packen jetzt aus schon openings die in einen neuen part kommt also diesen neuen und wir fangen an wir gucken ob wir verglitterne bekommt ja und hey juli zu verknallen ist der german like nominiert und heute machen wir hier real dfb auf und wir haben schon erst aufgemacht und das ist ein normaler angst er ist keine leitung ein abo dazulassen das wäre natürlich und jetzt kann ich klick an sich klick der dritte christian günther ok einfach ehrenmann der verkäufer barriere habe ich noch nie bekommen wir sind schon bei den 331 ich weiß nicht ob wir jetzt vermerkt gekriegt haben aber wie gesagt deutsch egal ich habe jetzt ein bisschen zu das heißt unser schon sechstes pack ok was bekommen wir jetzt etwas bitte günther rüdiger was für günther und ich glaube ich habe ihn sogar doppelt jetzt nicht doppelt bitte nicht doch jetzt habe ich ihn da david raum wieder ein brand kevin vollamt gerade eben bekommen und der verdoppelt ja schock ich nein weißt du sowas ist natürlich schade marmelade jetzt machen wir mal so aufwartet so diese alte technik von mir der stegen und zwar immer mal ja sieht nicht so gut aus bis jetzt eine glitzer die ich da mit habe meine güte es könnten so viele sein ich habe ja auch noch nicht so es ist ja nicht so dass ich ja fast nur zwei heft voll hast sagt ok jetzt nicht challenge ihr lasst ein leichter und ein abo und ich bekomme die zähne julian weigel und das nicht glitzern er weiß was soll ich sagen noch die dvd sammelkarten haben schon folge gesagt aber glitzern brauchen wir wie anton gyn grüdiger glitzern das nächste ist thomas müller und das ist thomas müller ist glitzer es ist eine glitzer die mir fehlt oh mein gott wie ich sagte gerade eben noch so und das ist thomas müller und wir bekommen thomas müller auch in glitzern florian neuer eine neue zumindest ist es schon mal geht kärin volland trittes mal auf die wenigen glitzern wir sagen ok jetzt nehme ich so einmal aus der mitte guck mal wir machen ja so eine challenge wer die bessere karte hat wenn ihr gewinnt dann herzlich gewinnt wenn ich gewinne dann ist ein leichter und ein abo das ist ja das ist mein baku normal ich habe lehrer sané auch immer mal aber die rolle ist natürlich besser und deswegen lässt er einen daumen abo weiter kai havertz leider noch mal bernd lehner das wieder hier kommt genau die glitzende warte mal zwei geht's noch auf jetzt gab es in gewinnig und das ist auch keiner ich hatte schon hoffnung ich gucke einmal nicht hin okay was eine glitzerle genau wo ich hingucke und das ist eine neue die lukea jawohl es geht helfe vorland brauchen wir nicht drei glitzerne ist okay rüdiger ich verstehe nicht was eigentlich diese zeichen bedeuten es ist eine glitzerne sie schon auch da ja ich habe der karte mal geht es an erkennt du siehst immer dass da kein strich ist oder so ich habe es erkannt und das ist day david raum viel glitzerne jawohl ski danke verkäufer es ist so gut für mein heft unsere vier glitzerne das ist wundervoll das ist auch nein guckt euch mal diese hier ein habe ich natürlich doppelt aber der rest ist neu boah sieht das heftig aus oh gott oh gott die eine glitzerne versuche ich zu tauschen die letzten zwei bitte komm schon das ist auch nicht wir haben viel glitzerne gezogen eine doppelte und jetzt werden wir auch einheften alles heftig gucken wir nur glitzerne einmal thomas miller der uns fehlt hier natürlich jetzt bloß drei neue glitzerne eine doppelte die versuche ich zu tauschen so sieht es aus und jetzt kommen wir zum doppelten wie gesagt wäre ich hier nicht ein heft mein doppeltes weil ich die noch tauschen möchte dann hatten die streifach bis vierfach ab und wir gucken ob wir unser drittes heft auch so voll und dann bekommen wir unser zweites ich habe ein paar gute news ich habe den kevin volland gegen schlatterwerk getaucht also ich habe schon schlatterwerk getaucht also ich habe schon schlatterwerk getaucht ich habe jetzt schlatterwerk gegen was tut dann diese normale hier jetzt schlatterwerk getaucht haben schlatterwerk getaucht mit schlatterwerk getaucht mit schlatterwerk getaucht ja glaube ich erst glitzernd das gefühl habe ich auch gesagt das fünfte pack das sind jetzt schon drei sechs sieben der achten haben wir noch ein paar haben wir noch ein paar und haben mich schon ich muss gucken ich hab's herab hier es ist ja das letzte wir haben eine neue glitzerne jetzt helfen wir ein fehltausch mit flotterberg das ist unser haupt heftig war aber halt alles voll das war die doppelten heftig noch die 12 heute habe ich flotterberg gegen den getauscht und den haben hundertprozentig noch nicht gezogen ich werde nicht überprüfen dass ich hier in den anderen doppelten heften habe denn ich habe das ist hier vorne schon so das ist unser heft jetzt aus mit unseren ganzen glitzern drei packs geschenkt bekommen ich musste vor seinen augen aufmachen also deswegen sind die schon offen die heftig ein aber jetzt nicht hier auf video hat hier zwei glitzerne geschenkt die habe ich doppelt deswegen versuche ich dir mal zu tauschen und noch diese alle die wenn ich jetzt einheften jetzt sagen guck mal was ankommt guck mal was ankommt nach monaten war es kann man die rewe goldkarte das gut aus diese goldene fernkarte jetzt setze ich hier ein kleber hier sieht man alles so position tribüne dabei seit fünften vierten ist das cool die kam an endlich diese karte ich habe rewe app und so alles gemacht nach einem monat kam die immer noch nicht an und ich dachte mir so ach ja natürlich aber die ist doch angekommen und jetzt genau jetzt habe ich das heft komplett voll dvf danke und ich heftig aus ich habe zum ersten mal so eine reaktion gemacht heute und das war's mit die video müsste gern mal bleibt abonniert und heute haben wir wieder mal krebe karten aufgemacht sind gespannt bis zum nächsten teil und ciao